Musik Wo sie auch auftreten, das Publikum feiert sie. Biwancos, sieben Brüder aus Spanien, die tanzend die Welt erobern. Mit ihrer neuen Schuhe Eternum stellen sich Biwancos 2014 erstmals dem Publikum in Deutschland, Österreich und Tschechien vor. Mit einer Kombination aus Flamenco, Ballett, Kampfsport und Akrobatik haben Biwancos einen einzigartigen Tanzstil kreiert. Unsere künstlerischen Wurzeln haben wir im Flamenco. Wir verknüpfen ihn mit modernen Elementen. Mit unserer Show wollen wir zeigen, wie poetisch und zugleich modern dieser Tanz ist. Geprägt hat die sieben Brüder der charismatische Vater, Pedro Biwancos. Selbst ein bekannter Musiker und Tänzer, der mit sieben Frauen insgesamt 36 Kinder gezeugt hat. Unser Vater war unser Mentor. Wir lebten ein Künstlerleben. Wir waren viele Kinder. Er hat uns gezeigt, Kunst zu leben. Und mit unserer Show haben wir seinen Traum verwirklicht. Darauf sind wir stolz. Schon im Kindesalter wurden die Jungs an Musik und Tanz herangeführt. Die Brüder beherrschen mehrere Musikinstrumente. Und komponieren können sie auch. Wir alle haben das Tanzkonservatorium in Barcelona absolviert. Danach trennten sich unsere Wege. Jeder machte eigene Erfahrungen in großen Ballettkompanien. Und dann gründeten wir Vivancos. 2006 kehrten sie nach Spanien zurück und brachten ihre erste Show auf die Bühne. Die sieben verstehen sich blind. Sie feierten Erfolge in mehr als 35 Ländern und begeisterten mehr als eine Million Zuschauer weltweit. Mit ihrer zweiten Show Eternum gehen sie ganz neue Wege. Unsere neue Show ist ein Mix verschiedenster Stile. Modern Dance, Martial Arts und ein eigener Soundtrack, den wir mit den Budapester Symphonikern eingespielt haben. Das macht unsere Show besonders. Am 14. April feiern Vivancos mit Eternum im Berliner Friedrichstadtpalast ihre Deutschlandpremiere. Im Frühjahr wollen wir die Herzen der deutschen Zuschauer erobern. Wir freuen uns auf Auftritte in München, Düsseldorf, Bremen und anderen großen Städten. Sehr aufregend. Wir freuen uns sehr auf das Publikum in Deutschland, Österreich und Tschechien. Wir werden unser Bestes geben. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet. Los Vivancos! Let's starten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017